Willkommen zu diesem Video-Vlog mit Gangster in the House. Wir sind auf der Straße, wo ich letztes Mal Elektroroller gefahren bin. Wir sind auf der Straße, wo wir letztes Mal Elektroroller gefahren sind. Und ja, Gangster in the House darf ich nicht mal filmen und ab und zu auch nicht. Wenn er gefragt wird. Also Leute, ihr kennt das schon. Furzbomben. Wir haben keine Furzbomben. Hat man doch gerade im Video gesehen. Wir haben Knallerbsen, Leute. Und Partykracher. Knallerbsen und Partykracher, Leute. Wer nicht weiß, was Partykracher sind? Ihr seht's gleich. Seh mal dich erstmal ein bisschen. Und sag mal so Hallo. Hallo, meine lieben kleinen fetten Töchterle. Okay. So, Leute. Da läuft jemand nicht die Frau filmen. Ist das ein Mädchen? Ja, ist das ein Mädchenfilm. Achtung, neben ihr zündet jetzt ein Loller. Ich trau mich mal. Neben uns ist ein Knallerbsen. Ein Knallerbsen liegt da neben uns. Laute Knallerbsen. Wir haben so große. Nein, Leute. Das ist natürlich nur Fake. Furzbomben. Unsere Partykracher. Ah! Ah! Der hat die Behinderte komplett die Gegend nicht geschossen. Darf ich auch einen? Ah! Stinkt das? Ja, riecht doch selber. Leute, fett hier steht. Darf ich auch eins? Wir rollen uns gleich alles wieder auf. Wir rollen uns gleich alles nicht wieder auf. Ja, natürlich. Weil jetzt machen wir das Video. Ja, darf ich auch einen Partykracher? Ja. Wieso? Weißt du es? Hier. Hättest du gerade einen raus gesehen. Ja, klar! Aber Leute, wir machen kurz einen Cut. Oder? Ja. Und wir müssen gleich wieder aufschauen. So, Leute. Ähm. Ja. Äh, was kriege ich? Nix. Ja! Ah! Was soll ich den auch machen? Bäh! Leute, das wirklich. Warte mal, wie kann man das denn? Soll ich mal eins? Nein! Komm ich filmen. Äh! Da ist auch Jugendfeuer weg. Oh mein Gott. Das mach ich doch lieber nicht. Soll ich filmen? Boah! 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 Mach! Und, da fliegt das raus. Ja! Ja! Das doch! Leute! Da drauf! Ich bin nicht so nah. 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 acidic High alkalis. Ich bin nicht so saniert. Aber… ich bin nicht so nah. Ich war nicht so strass. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Nein, nicht drauf treten, nicht drauf treten. Wieso hast du drauf getreten? Mein Fuß stinkt, dein Schuh stinkt, Leute. Mit der Hand hab ich die gemacht. War voll leicht eigentlich, wenn die exkludieren würde. Guck, ob ich das wieder mit der Hand hinbekomme. Kannst du das nicht machen? Nein, dafür, dass du die gerade zertreten hast. Das ist jetzt auf einmal wieder so schwierig, die zerdrücken. Hä? Ich hab das drauf geworfen, ey? Leute, ich konnte die wieder zerdrücken. Ja! Ich hab die zerdrückt. Batch! Du bist genau im Weg, wo die liegt. Ja! Gut getroffen, Benita! Warte! Wieder gut getroffen! Ja, war getroffen, Benita! Warte! 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 Sag ich das! Warte! Warte! Wieder gut getroffen! Warte! 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 Ja, wir sind schon offen. Warte! Warte, warte, warte! Warte! Kaufe, ich war auch einer bekannt. Bitte! Einer ist hier's, meine. Warte! Warte, jetzt darf ich... ...manch! kopfte aber einfach selber wäscher ich habe einen guten Tag hallo ich hab' die im Internet gekauft im Internet nein ich hab' die eine Gefängnis bekommen von nem Freund echt oh die ist wirklich hä? ja doch die bläst doch gerade guck die geht hoch als die zurück war boah Leute guck mal was da rauskommt guck mal wie das da rauskommt ah ich hab' drauf getreten ah 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 boah du schiebst aus dem Schwer du schaust aus au er ist fertig mit ach die ist nicht aufhandelig ich hab' aufgehend du musst du seuf'n bisschen ja hallo boah bist du schlau bäh bäh leute ich muss jetzt ja da hat er gerade die koche darf ich noch einen bitte? wieso? nein selber schuld wieso ist er selber schuld? ja weil er selber schuld ist hat er nicht so gemacht bing bing ok auf und zu fliegen ok Leute das war's mit dem Video aufgehend bis zum nächsten Mal und ciao ciao